man kann alles wenn man will ich hätte keine münzen richtig so natürlich jetzt muss ich mindestens eine hohe zahl problem schon gelöst mit jashi ehrlich ja was habe ich mit diesem seien wachst du doch ja da werde ich das erste ziel sein er lenkt immer die linken dahin wo die meisten stehen er macht das ist nämlich das problem die denken dahin wo die meisten stehen die müssen wir uns verteilen oder weniger ja ja hau ab da die lenken immer dahin wo die meisten stehen computer programmiert eine hat sich gelohnt wird auf jeden fall ein hat noch genug ich hätte ja noch mehr gehabt wenn mir nicht irgendeine ab zweimal runden mit abgezogen hätte eigentlich so nachträgen die sache nur krabbel sei nicht schon nachträgen finde ich auch nicht nein du willst du einen pfeil den mich haben sonst ist das langweilig mal ganz ehrlich aber leider muss ich dich auch stehen abziehen ja ja das ist besser als dass ein computer gewinnt ehrlich ja da musste ja lang gehen tut uns aber leid du machst du auch gar nicht dumm da unten ne verdient sich auch dumm und dämlich Münzener die ganze zeit ja es geht oh was war das denn nochmal das war das labyrinth wo du dann gehen also guckst welche bahn dann jetzt wo lang geht und dann musst du drücken dass du dann auch kriegst deswegen musst du dir das echt merken aber ist ja naja gut oh 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 ja aber das scheint nicht zu merken oh ist aber ein bisschen ich finde das sind die grafik ein bisschen besser ne ja wer war denn drei doch ich krieg nicht oh danke immerhin nehm ich doch dankend an joshi ja aber das war immer eh nur glückssache ja aber immer in oh mein finger muss ich gerade knacken lassen ne mein aber mein zeigefinger ja heule ich habe mir und ich gehört dass du das warst ne welche sound qualität und wir kommen zu einer neuen folge ich glaube du brauchst so lange für den kleinen weg wie einmal komplett draußen rum draußen bleiben hatten wir auch schon naja hat mir auch schon kruppst du mit rein wer hat denn jetzt den schlüssel schon wieder uschi aah kann es ja nichts gutes werden ich glaube das ist immer der erste der auf dem ersten platz ist ne ja kann auch sein weil joshi war ja auch auf dem ersten platz aber ich glaube irgendwie dass die ficher den jetzt kriegen was habe ich gesagt ja gut wir waren nicht verteilt ja warum wir es denn nach vorne keine ahnung wer behindert ist er hat aber auch direkt der bekommt man ja der bekommt nur 3 gezogen weil keine münzen mehr hat woher war das genauso waren wir nicht verteilt und dann hat er woanders in der guter da unten geworfen weil viel platz war und dann hat er nach oben geworfen weil vielleicht runden haben wir jetzt gott ja wir hatten fast schon das letzte ende wir sind es noch fit zum stück ja komm mach warum geht man nach vorne wenn man kaum münzen hat hm keine ahnung aber es fehlt ja auch die ganzen münzen die eingezeigt werden ne wir müssen uns ich glaube wir müssen uns sogar vorne noch eine kasse kaufen das ist auch richtig vielleicht mit verdoppelung oder sowas weiß ich gar nicht wenn wir nicht mehr münzen stehen und dass wir uns mehr items kaufen können oh keine ahnung das können wir mit hinten ran hängen ne ja hm 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 glaub ich weiß nicht nicht dass da ein das so ein pilzeinzahlungsvertauffler gab es oh keine ahnung und es gab es ein spezieller würfel noch der ab und zu mal aufgetauft ist Wenn du den geklatschst. Das kann sein. Ich dachte doch, das war sie noch. Hi Bowser. Und gleich verlierst du mit einmal einem Münzen. Ich schwöre denen, dann klatsch ich den. Aber ich glaube, so hoch war es nicht. Gesterben. Zieht jetzt zwei Sterne ab. Kommt jetzt. Oh no! Oh no! Fünf Runden, da zieht er 20 Münzen ab. Ich glaube, so war das irgendwie. Oh, jetzt ist er erstmal weg da hinten. Ja. Dip, 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 dip. Gab's das nicht verdoppelten von Sternen? Du konntest doch irgendwie Sterne, musstest du einen zahlen? Ne, ne. Münzen? Münzen und Sterne waren, oder waren es beides? Beides was? Och, jetzt landet der da. Ja, die war da gerade erst. Er kriegt den glaube ich nicht, ne? Ne, ne. Das ist ein, zwei da unten. Ne, Yoshi ist glaube ich auf dem Feld. Siehst du das auf dem, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, das ist auf dem Feld. Den natürlich nicht. Boah, wie fies. Aber dafür rennst du weiter vor. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Meine Güte. Ich hab jetzt 60, was hab ich denn ausgegeben? 60 Münzen. Ja. Ein bisschen bin ich schon wieder vorne. Jetzt machst du eine schöne 3. Arschloch. Jetzt kommt gleich wieder Teamspiel. Bob Abfahrt, oder so. Komm, Bob Abfahrt. Halt zu. Oh mein Gott. Geni Odini bin ich. Da darf ich drücken. Ready? Go. Ja das ist ja das. Also durch Donkey Kong seid ihr viel schneller. Ja genau. Im Lau. Was? Das hab ich gesagt. Das mein ich damit. Im Laufen meinte ich eben. Näää. Der hat auch noch mehr gedrückt. Du bist so ein Cheater. Das bin ich nicht. Bist ein Assi. Assi. Fick dich doch ins Knie. Kurve hier, ne? Du kacke. Neiii. Oh nein. Neiii. Neuuu. 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 Ey das wär aber knapp am Ende noch. Guck mal. Eine Sekunde. Ja genau eine Sekunde. Ist ja total mal fies ey. Das war richtig knapp. Ich hab's über euch weckgedrückt hab. Ja. Hättest du's nicht gemacht wenn wir durchgekommen. Ja ja. Aber denkst du ich lass euch durch? Ne. Ja klar. Ja.